Ups, hört sich nicht gut an. Ups, I did it again. Nein, das wollte ich nicht. Ja, schön, schön, schön. Obwohl, das mache ich jetzt mal anders. Was ist denn doch genug Teil? Zwölf, brauche ich gar nicht. Herstellen. Holzbögen. Ja, schön, 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 schön. Sind das Seidebogen? Du hast nicht in letzter Zeit mal geguckt, wo die Allosaurier sind, ne? Nö, nur wo ich los war. Ich bin grad eigentlich die ganze Zeit mit meinem Haus beschäftigt. Ich brauch gleich ne Pause, ich weiß nicht, was ich gemacht hab, aber ich muss ganz dringend... Kleine Mädels... Au, ich hab den Kapo getrunken. Klar. Oh, Hotti ist äh... ...verladen. Das ist doof. So, dann hab ich jetzt eigentlich... ...und kann einen Futtertruck herstellen. Nein. Den stell ich dann... ...hier hin. Dann ist hier so Pferdestelle. Die Stelle vor Pferdienstüttel. Das ist ja... Seltene Peltse. So gedammelt. Seltene Peltse? Ja. Ähm... ... ... ... ... ... ... Morris- ... ... ... ... ... ... ... Ist mir viel verdorbenes Fleisch drin? Verstehe ich nicht. Hast du noch irgendwo verdorbenes Fleisch? Keine Ahnung. Ich gucke mal in Sam rein, ja. Oh. Ich hatte doch so viel, oder habe ich das in den Schmuck? Oh, wow. Wow. Ja, ich habe es gefunden. Oder hier ist zumindest auch echt viel drin. Oh Gott. Ich sterbe. Wofür? Ich will so dringend auf die Toilette machen. So dringend. Okay, doch. Ja, aber dann müsste ich die Aufnahme beenden. Glaube ich. Wäre ja jetzt kein Weltuntergang. Äh, doch. Hallo? Wie, oder wir machen halt dann direkt ein kleines Bräuschen. Ja, können wir ein Gespräch machen. Okay, ich muss Pause machen. Es tut mir leid, aber ich sterbe. Standwock dich aber aus. Warum? Wegen den Drachen? Weil, ja. Okay. Bis gleich. So. Äh, wie sieht's aus? Soll ich dein Hotty-Hü eigentlich auch mal... Oh, Textur ist noch gar nicht geladen. Ich packe das mal hier bei den Pferden. Ja. Dann ist das auch versorgt. Was für einen Namen soll es eigentlich haben? Keine Ahnung. Hab schon mal nicht überlegt. Ja. Oh mein Gott, wie sich das Vieh freut. Wir müssten... Ich hab das total vergessen. Wir müssten mal nachgucken, was so ein Moshops eigentlich kann. Was so ein Vieh eigentlich tut. A330. Ach, schon fast bei 50%. Alter, Schwede. Tyrion. Du wärst ja richtig groß. Hm? Kein kleiner Scheißer mehr. Hä? Okay, alles gut. Alles tut die. Äh. Äh. Du musst auch auf dein Ding achten. Naja, ich bin ja da. Ich mein, es rennt ja nicht weg. Ich setz einfach mal alles hier rein. Einfach so? Ich muss auch nochmal hier meine Wolldecke richtig platzieren. Oh, was stimmt da nicht. Oh, was stimmt da nicht. So. So. Drangeholt wieder. So, ich bin ja da laut. Äh, was soll? Ach so. Oh, meinst du ja da. Oh. approximately. Huh. Oh, meinst du ja da. Oh, meinst du ja da. Okay. Oh, meinst du ja da. Hey, ich bin ja da. Okay... Bist du gemutet? Ne, ne? Nein, warum? Ich hatte das Gefühl, dass du was gesagt hast, das aber nicht ankam. Ne... Zweiundfünfzig Sekunden hab ich noch. Ich...knapp dreißig. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Ich auch. Also, das schaffen wir heute noch. So, was willst du bitte? Kein Kibbel, bitte, bitte. Ach, Gornmilch, Gott sei Dank. Sehr gut. So, was brauchst du? Ich möchte mit mir spazieren. Können wir machen. Oh, das war's schon. Ja. Oh, machst du da so kleine Gärten vor? Ja. Aber warum so schief? Was schief? Es ist ja schief. Ja, das ist passiert. Oh, mit Dingen. Jetzt weiß ich, warum du dich hierhin gebaut hast. Ah, ich hasse dich. Ja gut, aber ich kann mich nicht beschweren. Komm mal mit rüber. Ja. Ja. Ja, hier ist dann einfach nur das Haus. Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier noch einen Ausgang mache. Mhm. Und hier ist mein Garten. Guck mal, hier steht sogar schon eine Bank. Oh. Ja gut, das stimmt. Das ist echt schön hier. Also ich will auch die Bäume stehen lassen. Und dann hier ungefähr, hört dann der Garten wieder auf. Ja gut. Dachte ich mir, ist vielleicht ganz schnugelig. Äh. Und ich glaub, die Sachen hier respawnen halt wirklich immer und immer wieder, ne. Scheint zumindest hier. Ich bin jemand. Ein Patient. So. Ich zieh dann noch mal los. Wollte gucken, ob ich noch mehr Hotte Hüß finde. Ähm. Da ist er. Ich lass mal so, äh, wo ist denn Obenfug? Wo ist er hin? Ich guck jetzt erst mal auf nach den Allosaurusen. Ich möchte wissen, wo die sind. Ja, gut. Ja, nicht, dass die sich so langsam in unsere Richtung arbeiten. Dann müsste man sie weglocken. Oh, da sind Hotte Hüß, aber drei Stück. Ja, gut. 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 Lauf. Irgendwie, ich hab schon wieder was unter meiner Maus. Guck mal, ich bring was mit. Oh, was denn? Noch ein Hottuch? Ja, eins. Kann man das natürlich auch nennen. So. Oh, das sind zwei. Es sind drei. Oh, es sind drei. Ja, Level 25, 61 und 23. Gut, die kriegen hier noch den Futtertruck ab. Ich weiß noch nicht, wie ich die nennen soll. Ja, ich hab sie gesehen, hab sie mitgenommen, bin glücklich. Ja. So. Du bist halt immer mit deinen Dillus, ne? Du brauchst immer 1000 Dillus und ich, äh, brauch immer 50.000 Rottejus. Das ist doch was Schönes. Achso, die anderen waren am Strand. Ja. Okay. Okay. Hier waren drei Alusaurier, wo sind die hin? Okay. Hm. Hm. Du hast die doch aber auch gesehen, ne? Ich weiß nicht, dass wir hier an dieser Sechskant, oder Sechseckwüst, äh, Strand, so rum, äh, Alusaurier hatten. ...oder nicht. Ja, aber wer weiß, wo sie sind. Weggeschwommen. Scheint so. Schreit halt wirklich so.